hallo ich begrüße euch zu einem weiteren atem flow mit musik das besondere an meinen musik flows ist dass du dort eine triangel hörst und diese triangel ist dein atemrhythmus und der sinn und zweck davon ist dass du durch diesen rhythmus deinen atem und die bewegung besser miteinander koordinieren oder vielleicht gefällt dir auch der ausdruck vereinen kannst ist hier diese triangel die ist wie gesagt unser atemrhythmus jetzt beginnen wir nur zu atmen gemeinsam einatmen und ausatmen und rein dann kommst du ausatmen zur ruhe einatmen in den vierfüßler wir fangen langsam an zu fließen ausatmen kindeshaltung schieb dich zurück richte dich wieder auf einatmen für den vierfüßler schiebe dich in den herabschauenden und ausatmen wir beginnen von vorne vierfüßler kindeshaltung ausatmen klein atmen vierfüßler herabschauender und atmen aus andere seiten und ausatmen 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 und aus Schiebe, zurück, herabschauende Hunde, strecke dein linkes Bein, einatmen, schwinge nach vorne, richte dich auf, einatmen, Händen an dein Becken, ausatmen. Finde lange Stabilität hier, aus, wir beginnen, die Arme nach oben, das Bein streckt sich, der Hände zum Herzen, das Becken sägen tief, einatmen, aus, einatmen. Und ausatmen, Hände für dein Herz.